Die wirklich allermeisten Menschen sind reich an Ideen, aber sie sind arm in der Umsetzung. Die meisten Menschen machen einen sehr großen Fehler. Die meisten fangen schon an, bevor sie überhaupt den Versuch beginnen, sich zu fragen, Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Und das ist das Problem, das die allermeisten Menschen haben, kurz bevor sie in die Umsetzung kommen. Sie machen sich selbst nochmal Angst. Warum fragst du dich nicht besser, was passiert, wenn du es geschafft hast? Was passiert, wenn ich es schaffe? Im Leben musst du dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Erfolgreiche Menschen scheitern öfter als alle anderen. Erfolgreiche Menschen versuchen es auch öfter als alle anderen. Und es kostet nun mal viel Misserfolg, um Erfolg zu haben. Die ganz einfache Kunst im Leben ist es aber, dran zu bleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.